Herzlich Willkommen zum zweiten Part von der von der Escape-Hounted-House-Obi. Ich habe gerade schon angefangen zu springen und wir sind beim letzten Part zu der Stage gekommen. Ich weiß es nicht bei welcher Stage. Man kann es nur am PC oder Tablet sehen und ich bin am Handy, weil es da einfach am leichtesten von der Kontrollaktion alles ist. Ich bin momentan immer noch mit Leuten im Sprachzimmer von Freunden und mit FWFT-Zog, der auch noch im letzten Part dabei war. Ja, aber ich werde mit dem wahrscheinlich nicht mehr so gehen. Oh, wir haben es jetzt gleich geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das... Vielleicht mache ich es auch so, dass der dann noch einfach reinkommt. Der Part, ich weiß es nicht, wie lange es noch geht, aber wir jetzt gerade rausgekommen sind, kann es auch sein, dass das dann noch einfach eingefügt wird. Kann es auch an, wie lange es geht. Sonst tut mir die Anvaluation herzlich willkommen natürlich leid. Ja. Das ist ja nicht der zweite Part, das wird dann noch am ersten Part mit eingefügt. Ja. So, die Obi geht jetzt noch mehr als acht Minuten. Acht Minuten. Dann werde ich sie, ja, wahrscheinlich noch in Part mit einfügen. Ja. Es ist wieder so weist, eine Minute 50 an einem Stage zu bohren geführt. Boah, geh doch, du. Ey, der ist schon so ein bisschen ein Ungeziefer. Der redet mich nur auf. Okay, ich würde sagen, wir sind so einen ganz guten Cut, wenn ich das geschafft habe. Ich hoffe, dann ist die Eure Freiheit vorbei. Okay, wir haben es jetzt bis da geschafft. Also, die Dinger hier. Und ich glaube, jetzt sind wir escaped. Lass es hier nochmal drüber gehen. Geht aber nicht. Dann müssen wir da hinten durch den Tunnel. Warte mal, weiß, hat Wolf Gaming YouTube immer sowas am Ende. Das ist immer mal hinten durch den Tunnel, weil ich glaube, dass es da richtig ist. Ja, wir haben es geschafft. Okay, das wird dann doch ein Part. Dann wisst ihr es jetzt. Aber ich werde da nochmal davor einfügen, weil es ein bisschen komisch ist. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, dass ihr es noch nicht gemacht habt. Da könnt ihr euch den Kanal gerne abonnieren. Wenn ihr das auch gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dann würde ich sagen, ciao Leute.